Die Edeln Helden hatten eine Mission. Gas musste her für eine neue, fancy Rüstung. Doch die Produktion mit nur einem Gatscher dauerte zu lange. Also zogen sie erneut in die Wildnis, um mit ihrem Charme und ihrer Freundlichkeit mehr Freiwillige zu finden. Sie bauten ihren Schützlingen ein Haus und sie gaben ihnen Essig. Und so begann die mächtige Produktion. Baby Gatscher, wie nenne ich den denn? Baby Gaga. Ich hasse mich manchmal, aber egal. War das nicht Sinn mit der Maus? Nein. Mhm. Und den nenne ich... Gaga Baby. Oh, Mann. Da willst du mich verarschen, da googelt man einmal, ne? Ja. Einmal. Jetzt steht da im Internet, die Produktion ist deaktiviert, wenn das Tier traurig ist. Dies geschieht, wenn sie sich in der Nähe eines anderen Gatschers befinden. Hahaha. Sehen die unglücklich aus? Weiß nicht, ich bin sehr unempathisch denen gegenüber. Okay. Ich nehme jetzt einen von denen raus, von diesen Gatschers, und schmeiße ihn einfach mal irgendwo hin. Geht's dir jetzt besser dadurch? Auch so ein Verbrechen an die Menschheit. Aha! Er hat jetzt schon einen weggeschmissen. Oh, dann darf man die nicht sammeln? Ja, und du baust in allen eine riesen Hütte und siehst du zusammen. Da ist einfach noch ein Kristall jetzt. Läuft. Wir hätten schon längst fertig sein können. Bald können wir aufhören. Ah! Ah! Jetzt geben die nicht nur 5, sondern 62. Das ist ne Zeitverschwendung, äh. Es hätte uns einfach ein verfickter Gatscha gereicht, ne? Es ist ja nicht nur so, dass jetzt diese, ich nehm seit anderthalb Stunden auf, die anderthalb Stunden, denen ich warte, dass die Kristallenschwoppen komplett nutzlos waren, sondern auch die ganze Zeit davor, als ich noch gesagt hab, oh, wir sollten ganz viele Gatschas sammeln. Weil mit ganz vielen Gatschas kriegen wir das schneller. Genau so hast du geklungen. Ja, ne? Ich kann mich so gut imitieren. Alter, ich bin so sauer jetzt. Alter! Was denn? Was denn? 5. Ja, jetzt haben wir halt mal 201 Kristall. Also, Gas. Woher willst du das wissen, dass es Einzelgänger-Ficker sind, Alter? Was ist denn da? Weil sie hässlich sind, sind es Einzelgänger. Ach so, scheiße. Ich bin zu dumm. Okay, let's go. Ach stimmt, wir müssen die andere Rüstung anziehen, die neue. Ah, das sieht doof aus. Ja, das sieht echt dumm aus. Ich bin gespannt, was uns erwartet hier drin. Woah! Also, wir haben es hier mit neuen Gegnern zu tun. Soweit weiß ich es schonmal. Ja, da hinten backt schon einer rum. Guck mal da rechts. Ist das ein Ei? Äh... Das ist doch ein Ei, oder? Ich guck's mir mal unauffällig an. Achtung! Walktrick, genau neben dir. Unsichtbar. Was soll ich machen? Wegrennen. Zurück, zurück, zurück. Ah, okay, das kann ich. Sie kommen. Beide. Einer allein, doch. Erstmal. Renn, 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 die sind voll zu stark. Ich kann sowas von tot. Der ist genetzt. Ich dachte, man kann die nicht netzen, aber da hab ich einfach nur daneben geschossen. Irgendwo ist noch einer. Dahinten, da kommt der. Oh ja. Kommt aber wirklich, oder? Äh... Äh... Scheiße, man! Scheiße! Er rollt her! Dann klau ich noch hier das letzte Ei. Level 73. Ja! Meinst du es noch mehr? Ja. Level 69. Level 131. Juhu! Es ist ja alles volleier. Ein Ereignis. Aaaaaaah! Das habe ich jetzt kapiert. Dass die Pische nur noch irgendwas können, dann bin ich sicher. 138? Äh... Äh... Ja, ich glaub wir haben alles, oder? Es langt ja... Die brauchen doch das eine natürliche Gift. War da nicht irgendwas? Das heißt, wir können auch direkt noch die Shinyhorns mitnehmen. Ajo? Da sind sie schon. Einen hab ich. Jetzt holen wir alle. Die holen wir jetzt alle mit. Dann machen wir uns so einen kleinen Park mit Shinyhorns und freuen uns. Ja! Das heißt, die Gatchas raus! In dem Haus kommen die Shinyhorns hin. Hab noch einen. Du! Oh, der will noch nicht. Okay. Da, du! Ja! Shinies! Ja! Da! Da! Das war knapp. Sah aber super cool aus. Okay, aber jetzt die wichtigen Sachen. Hier war gerade eben ein blauer Fetterleid. Ah, ich seh dich doch. Ja, komm her. Yeah! Den habe ich. 105 vor allem, Alter. Und der ist Level 18. Opfer. Warten, bis es wieder hungrig ist. Gerne. Und Level 18er Opfer, was mit dir? Cool, den hab ich. Ich hab einen geilen Pilz in meiner Hose. Komm schon. Da! Geil, Alter. Dich nenn ich Saphir. Okay. Berüchten zufolge ist einer von den beiden Vögeln mir wichtiger als der andere. Hm, ist es der Level 26er Federarsch? Oder ist es der Level 57er Saphir? Federarsch, willkommen im Team. Saphir! Du kriegst auch ne Kyrokapsel. Willkommen im Team, Saphir! Ich hab keine weiteren Fragen mehr. Ich hab 61 von dem Gift. Die in 30 Minuten ablaufen. Oh, dann haben wir ja noch 30 Minuten Zeit. Und alle verkacken. Die schlüpfen ja erst. Ach so. Ei öffnen. Kann ich euch einfach das Gift reingeben? Kann ich. Und bei denen ist es auch ne verkürzte Zeit. Alles klar, wir haben gleich 5 Walktracks. Verhalten. Aktiviere wandern. Guck mal, wie unglücklich die sind. Lachst du? Vermehern die sich jetzt echt da hinten? Die machen nen kompletten Gangbang. Also mit denen im Team schaffen wir alles. Weil wir voller Liebe sind. Und mit Liebe kriegt man alles hin. Brauchen die immer Pilze zu messen? Kann sein, dass die morgen alles tot sind. Wir werden sehen. Hup. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bis dahin. Vielen Dank.